Musik 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 aus Österreich und so schaffen wir drei zur Kira, nachher, nach Ostikowar aus der Slowakei Musik 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 38 für das Team Deutschland, Tina, Kiegel, WC, Opusor. Und gestartet 37 für den Licht, sondern gestartet 38 das Gelbe Leibchen. Das droht der führenden Milo-Zerstieg aus Wannreich. Und nun zur Stadt Nummer 4 zum Kira Maria Kapustikower aus der Slowakei. Musik Und nun am Meer, Sama, Verkaufen gehen aus Österreich. Musik Und dann zu Staffel 29, das ist Alwine Holz für das Team Deutschland und WSV Bad Feinweide. Musik Und nun zur Stadt Nummer 35 zu Emma Chabee aus Frankreich. Musik Musik So, Stadt Nummer 33, Megan Watzak aus Österreich. Musik Und noch eine steht unter die Siegerin des gestrigen Tages. Das ist die Siegerin von Klingenthal. Philo Zebschi aus Volkheim. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020